was geht willkommen zu einem video ich habe mir vor einigen wochen den steam link bestellt als er im angebot war im winter sale für fünf euro 5 euro und normalerweise kostet der so weit ich weiß glaube ich 60 euro und ich würde sagen packen wir mal aus hier haben wir das gute stück und also wir haben bluetooth 4.0 an bord hdmi ist halt kompetent mit steam muss er sein und das unterstützt bis zu 1000 spiele hat den wlan ac standard hat drei usb 2.0 anschlüsse man kann den system controller drahtlos verbinden und ja wir haben 1080p bei 60 fps genau und da kann man halt sozusagen kann man anschließen und dann an fernseher und dann kann man sozusagen seine spiele von steam was vom computer direkt auf dem fernseher stream und direkt spielen und die latenz ist auch dem ziemlich gering gut wo kriegen wir das ding jetzt auf hier oben da haben wir das gute stück nichts besonderes mit drauf sie ist klein als ich gedacht habe aber relativ schwer die größe ist echt schwer da kann man noch mal ganz gut sehen wir haben hier einmal den hdmi mein laden port zwei usb anschüsse da ist noch ein usb anschluss und sonst haben wir eigentlich nichts weiteres hat ist echt schwer haben wir hier noch mal eine abdeckung aus samt wird sich so an jeden fall noch mal ein papiere papier haben wir hier noch mal eine box vielleicht ein unboxing messer dazu legen sollen okay wir haben erstmal drei stromadapter also für die jeweiligen länder wahrscheinlich weiß nicht wer für das jetzt genau ist haben wir noch den hier das habe für england soweit ich mich erinnere und dann haben wir sie noch hier für deutschland also was haben wir hier noch drin immer noch mal diverse kabel einmal haben wir hier ein flachband lan kabel und das ist schön ja und ich wurde wieder mit dem handy auf weil ich ja keine richtige kamera kamera habe und bin auch nicht der profi in unboxing also warte erwartet dann bitte nicht zu viel gut dann haben wir hier einmal den adapter ich weiß nicht kriegt man das ding irgendwie ab ich denke schon muss man ja ja so dann kann man jetzt hier zum beispiel ganz einfach den stecker drauf stecken und jetzt haben wir auch ein deutsches kabel drauf so das ist einmal das stromkabel ganz simpel was ist das hier das ist ein hdmi kabel cool dass es dabei ist hätte ich jetzt nicht gedacht ja und das war es dann auch schon eigentlich wenn ihr dafür dazu noch mal testen wollt dann schreibt es doch bitte in kommentare und like das video in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag haut rein ciao